Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerd Stalking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Dienstagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein Co-Kommentator in dieser kleinen, aber feinen Show, die schon wieder einen Meilenstein hinter sich bringt. Hallo Andreas. Hallo Chris. Ich freue mich mit dir ein letztes Mal hier in diesem Jahr über The Walking Dead zu sprechen. Zumindest über die Hauptserie. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr zum letzten Mal sprechen, denn wir hatten uns ja bei allen körperlichen Schmerzen, die uns der Gedanke bereitet, ja doch vorgenommen, dass wir zumindest noch über World Beyond reden. Ja, hast du es denn schon geguckt? Also ohne jetzt irgendwie da inhaltlich zu werden? Ja, ich habe es geguckt. Die erste Folge war schrecklich. Die zweite zumindest inhaltlich interessant. So, Punkt. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, gut. Ja, müssen wir mal ein bisschen schauen. Wir werden das wahrscheinlich nochmal nachholen. Ist ja mittlerweile alles raus oder? Ne, es kommt wöchentlich montags immer. Du hast also praktisch jetzt als Walking Dead Fan weiterhin montags die Chance, dann aber auf einem anderen Sender, nämlich Amazon Prime, weiterhin das Ganze zu schauen. Ja, dann schaue ich mal. Also ich werde in den nächsten Tagen mir das nachholen, die jetzigen Folgen und wir besprechen, glaube ich, die Staffel am Stück, oder? Ja, 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 ja. Irgendwann Mitte November oder sowas, wahrscheinlich. Glaubt mir auch, auch jetzt lässt sich das Interessante in drei Sätzen zusammenfassen. Laufen sie wieder viel durch den Wald? You will see. Okay. You will see. Ja, wir wollen heute etwas aufholen. Ich glaube, irgendwie sind alle so ein bisschen im Kuddelmuddel bei uns. Wir haben einige mal ausfallen lassen, dann kamen wir wieder Bond dazwischen und June war dann wieder lang und dann hatten wir jetzt die Magic Con. Und, Andreas, wir sehen uns endlich wieder live. Am Samstag ist es soweit. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich hoffe, du hast den Killer-Pitch schon eingepackt. Ja. Am Samstag sehen wir uns auf der Bühne. Am Sonntag sind wir auch nochmal auf der Bühne mit dem Discovery Panel, aber ihr, glaube ich, auch nochmal. Also ihr habt, glaube ich, auch noch einen Zweifel. Nee, wir haben am Sonntag, wir haben am Sonntag nicht, also wir stehen am Sonntag noch im Programmheft. Das war sehr lustig. Wir stehen im Programmheft, aber wir haben keinen Slot, weil sie vergessen haben, den Slot einzutragen. Ja, das ist sehr ärgerlich. Und als ich dann gesagt habe, dass wir nicht im Slot stehen, also nicht in dem Timetable, da waren alle Slots schon weg. Ist aber nicht schlimm, von daher alles gut, kann ich wenigstens ausschlafen, weil sonst hätten wir nämlich den Slot gleich um 10 gehabt, den ihr jetzt, glaube ich, habt. Kann das sein? Nee, wir haben um 11. Ah ja, okay. Siehste, wir hätten da wahrscheinlich immer den Frühschocken gehabt um 10 und da kann ich mich daran erinnern, dass bei der 2019, da hatte ich noch ein bisschen Stimmchen vom Abend davor. Boah, herrlich, herrlich. Ja, das habe ich heute, muss ich sagen. Ach, du kommst zu der Klassen, nee, du kommst aus dem Urlaub oder gerade von der Klassen? Klassenwart vor zwei Wochen, jetzt kommst du aus dem Urlaub. Genau, dann war Urlaub und gestern habe ich gelernt, wie man zapft. Ich habe ein zappes Diplom gemacht und deswegen habe ich heute eine etwas tiefere Stimme, aber das ist ja gar kein Problem. Ah, Ducksteiner, sehr schön, rot-blond. Ja, das ist neu im Supermarkt. Wir sind nicht gesponsert davon, ich probiere immer eine neue Marke. Ja, das heißt, wir wollen eigentlich ein paar Sachen aufholen. Wir werden mal wieder, nicht über Star Trek reden, auch wenn auf Twitter es mal wieder verlangt wird, People, we won't do it. Wir reden vielleicht mal über die Motion Picture irgendwann, ja, aber das war es dann auch schon. Von daher würde ich sagen, wir haben dieses Mal jetzt kein Feedback dezidiert zu uns, von daher würde ich sagen, Andreas, fass uns doch mal, und das wird nötig sein, vier Folgen zusammen, weil das ist ja dann auch schon vier Wochen her. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe diese Zusammenfassung geschrieben und habe gemerkt, dass ich von Episode zu Episode weniger zu sagen habe, zu den Episoden, die wir da gemerkt haben. Aber das werdet ihr jetzt gleich auch merken, wenn ich denn diese Zusammenfassung mal hier so leicht vortragen werde. Soll ich damit anfangen, Chris? Aber bitte. Hervorragend. Gut, dann fangen wir an mit Episode 5, Aus der Asche, Out of the Ashes. Wir beginnen unsere Rückschau auf ganze vier Episoden damit, also mit Aaron, beziehungsweise Aaron, wie er auf Englisch ja genannt wird, der aus wilden Träumen von der Wolfgang, den Saviors und den Whisperers aufwacht und sich direkt in einer Schlacht um Alexandria befindet. Wir sehen da so ein bisschen Jerry mit Hammer-Action, während so ein Stück Zaun wieder repariert wird. Leider mit viel Lärm, also kommen noch mehr Walker. Schade. Und sie brauchen jetzt dringend neue Werkzeuge, also begeben sie sich in die Ruinen von Hilltop und dort finden sie auffällig im Kreis laufende Zombies. Aha! Gesteuert von einem Rest-Whisperer, schwieriges Wort für mich, namens Keith. Und den foltern sie dann, weil Aaron wirklich einen schlechten Tag hat. Und immerhin erfahren sie dann eine wirklich wichtige Neuigkeit. Keith hat nämlich Conny gesehen und nicht getötet. Toller Typ. Wir erinnern uns, Conny war irgendwie in der Höhle verschüttet worden, weil Carol Mist gebaut hat. Unterdessen sind die Teenies in Alexandria von allen guten Geistern verlassen, kann man sagen. Erst spielen sie Fang mit Walkern, dann nerven sie Judith und am Ende zerbrechen sie Judiths Erinnerungsstücke. Das bringt die kleine Grimes dann dazu, gepflegt auszurasten und Tante Rosita rund zu machen. Sie hat nämlich Angst, alle Erinnerungen an Carl und Rick zu vergessen. Und das war ein ganz schöner Moment eigentlich. Können wir gleich mal drüber reden. Wir lernen also. Alexandria fällt in mieser Stimmung auseinander. Hilltop ist total kaputt. Gucken wir doch mal, wie es im Commonwealth aussieht. Die haben dann eine richtige Pleasantville-Atmosphäre aufgebaut, inklusive wunderschönem Dharma-Initiative-Willkommens-Video, Fußballspiele, Malerei, Akustikgitarren auf Picknickdecken, Sackhüpfen, Eiscreme, Backwerk. Wunderbar. Das Commonwealth ist für seine 50.000 Bürger ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit mit Werten wie Gemeinschaft, Pflege, Sicherheit. Moderator des Videos ist Lance Hornsby. Der perfekte 50er-Jahre-Bürgermeister, könnte man meinen, ist er aber nicht, sondern Director of Operations. Man hat aber schon während des Videos das Gefühl, dass das Credo vom Commonwealth ist, lebe dein Leben, aber fühl dich schon beobachtet. Gegründet wurde das Commonwealth übrigens von den Miltons und Pamela Milton ist Governor. Also Governor vom Commonwealth. Governor ist ja ein schwieriges Wort in The Walking Dead. Die gute Nachricht für Princes, Eugene, Yumiko und Ezekiel. Sie bekommen Arbeit und Unterkunft. Die schlechte ist, sie werden bald Bürger des Commonwealth und dürfen dann erstmal nicht mehr weg. Bis die Bürokratie dann irgendwann wieder zustimmt, aber das dauert lange. Yumiko bekommt im Gegensatz zu den anderen noch eine Extra-Anladung und findet zwischendurch ihren Chirurgenbruder, der jetzt als Bäcker arbeitet und das Commonwealth liebt. Eugene will sich auf die ganze Nummer nicht einlassen und bringt Stephanie, wenn sie es denn ist, dazu, ihn durch das Funkgerät kommunizieren zu lassen. Er kann auch kurz mit Rosita und Judith reden, wird dann aber von Mercer unterbrochen, der nicht lange genug von Princes aufgehalten werden kann. Stephanie bekommt ein Verfahren und für Eugene könnte es noch schlimmer kommen. Wird es aber nicht, weil Lance Hornsby sich für sie einsetzt. Aber billig wird das offensichtlich nicht, sagt Stephanie. Und was macht währenddessen unser verhindertes Liebespaar Negan und Maggie? Die kommen in einem Safehouse an und treffen sich mit Gabriel und Elijah. Wer ist das eigentlich? Genau, da treffen sie sich. Und in Episode 6, On the Inside, im Inneren, gehen wir weder ins Commonwealth, noch sofort zu Negan und Maggie, sondern erstmal zu Daryl und den Reapers. Daryl spielt da immer noch die Rolle des Einzelgängers, der Maggies Gruppe nur flüchtig irgendwann mal kurz getroffen hat. Damit ihm Pope das glaubt, muss Daryl einen Typen namens Frost foltern, der offensichtlich zu Maggies Gefolgschaft gehört. Ich hatte ihn noch nicht gesehen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber gut, er ist jetzt da, kriegt Fingernagelfolter, dann Finger abschneiden und das ist alles ziemlich eklig. Frost knickt ein und verrät tatsächlich den Standort des Safehouses. Dafür wird er dann getötet und als Zombie an den Baum gekettet. Dankeschön, Frost. Unter ständigem Streiten zwischen Carver und Daryl werden sie dann auch zum Safehouse geschickt. Aber Daryl schafft es, seine Leute erst zu warnen und dann nicht zu verraten, dass sie sich unter einer Falltür verstecken. Daryl ist dabei allerdings mittlerweile so weit in Lügen verstrickt, dass es wohl eher keine gemeinsame Zukunft mit Leia geben wird. Gut, er wollte ja eigentlich eh mit Connie anwandeln. Und die sehen wir jetzt nach langer Zeit wieder im Schlepptau von Virgil. Sie verstecken sich in einem grotesken Horrorhaus mit Porträts, mit ausgestochenen Augen, Hitchcock-Atmosphäre. Und da spielen sie dann ein bisschen A Quiet Place. Connie sieht erst einen Augapfel durch einen Schlitz im Bad. Dann wird sie relativ bald von Virgil getrennt und das Haus erwacht zum Leben. Menschenähnliche Spinnenwesen machen Jagd auf die beiden und treiben Connie in einen Raum voller menschlicher Knochen. Die finale Lösung ist, sich mit Zombieschleim einzureiben und die Zombies auf die Spinnenmenschen zu jagen, um irgendwie aus diesem Haus wieder rauszukommen. Da gibt es dann auch Widersehen zwischen Connie und Kelly. Aber wir sollten gleich noch über dieses Haus reden, glaube ich. In Episode 7, Promises Broken, gebrochene Versprechen, sehen wir dann Maggie's Plan, die Reaper zu schlagen, obwohl sie ja nur zu viert sind. Und der Plan heißt Whisperer spielen. Lüderweise brauchen sie dafür Negan als Lehrer und da Maggie nicht aufhören kann, Negan maximalen Hass entgegenzuschleudern, wird das Ganze anstrengend für alle Beteiligten, auch uns. Und es hilft natürlich auch nicht, wenn Negan in dem einen Moment, in dem sowas wie ein Gespräch entsteht, bekundet, dass er damals in der Saviour-Zeit alle eigentlich hätte töten sollen. Naja, zumindest das Whisperern klappt bald und Elijah darf auch noch seine Schwester wiedersehen in der Zombieherde, mit der die vier jetzt nach Meridian laufen. Währenddessen im Commonwealth, Eugene und Stephanie müssen Strafarbeit machen und Princes und Ezekiel dabei helfen, es geht darum, Zombies zu töten und damit neue Häuser für das Commonwealth freizugeben. Yumiko hingegen ist neu angekleidet und soll als Anwältin jetzt Pamela Milton beraten. Beide waren in Harvard und das Illusion-Netzwerk von Harvard funktioniert offenbar noch. Eugene verbockt das aber noch, er tötet Mädchen mit Stephanie, ein paar Walker, die einem Teenie-Pärchen an den Kragen wollen. Und das Teenie-Pärchen findet das aber doof, weil sie mit Blut geschmiert werden und beschweren sich dann bitterlich. Dafür bekommt der Typ eine Backpfeife von Eugene. Leider ist es der Junge, also leider ist der Junge der Sohn von Pamela Milton, die daraufhin das Treffen mit Yumiko absagt. Dumm gelaufen. Eugene wird außerdem offenbar lebenslänglich eingesperrt und soll nun auch wieder den Weg nach Alexandria verraten. Für Eugene läuft dieser gesamte Ausflug ziemlich mies, muss man sagen. Und noch ein Wort zu Lea und Daryl, die sind gemeinsam unterwegs. Daryl versucht subtil, Lea zu brechen. Er merkt auch, dass in Lea noch etwas Menschliches ist, als sie eine sterbende Frau nicht töten kann. Und Daryl kann das übrigens ganz gut. Bolz im Kopf, fertig. Und schließlich das Mit-Season-Finale. Episode 8, For Blood für Blut. In Alexandria tobt der Monsun. Alle Alexandriner haben sich offenbar in einem Haus versammelt und versuchen verzweifelt, die Fenster und Türen dicht zu halten. Parallel bricht die blöde Mauer wieder ein und die Mühle, die ohnehin schon rattenverseucht war, beginnt zu brennen. Aaron macht einen Plan mit drei Teams. Er bekämpft das Feuer, Carol repariert die Mauer und Rosita kümmert sich weiter um das Haus. Aaron und Carol sehen wir dann nicht mehr wieder. Dafür aber Rosita. Und da bleiben wir dann auch. Die Situation wird immer schlimmer, sodass Rosita irgendwann eine halbe Kamikaze-Aktion starten muss, um alle Walker dieser Welt allein zu töten und dann blutverschmiert wieder reinzukommen. Und dann treibt sie alle nach oben. Judith und Gracie gehen aber nach unten, wo der Keller gerade überflutet wird. Unten steigt das Wasser, oben lauern die Zombies. Wie kommen Judith und Gracie da wohl wieder raus? Währenddessen in Meridian. Maggie, Negan, Gabriel und Elijah, wer ist das nochmal, rücken mit der Herde in Richtung Meridian. Pope schickt einen Freiwilligen raus, um die Herde wegzuziehen. Aber weil gewispert wird, muss er leider sterben. Leah ist dann sauer auf Pope, der nämlich nicht überrascht ist, dass der Typ nicht zurückkommt. Und Pope wird immer verrückter, erzählt in mehreren Metaphern was von natürlicher Auslese und göttlichem Schutz. Wir wissen da schon, dass es nicht mehr lang gut gehen kann. Ein Ass hat Pope aber noch im Ärmel gegen die aufrückende Horde. Das ganze Gelände ist nämlich vermint und viele Zombies lösen diese Minen jetzt auch aus. Und dann hat er auch noch so eine Kriegsmaschine, einen riesigen Apparat auf Rädern, der mit Dutzenden von Pfeilen bewaffnet ist, die an Feuerwerkskörper geschnallt sind, bereit zum Anzünden und Abfeuern. Daryl hilft Maggie und Gabriel dann, hinter den Zaun zu kommen. Maggie nutzt ein Auto, um ein Loch in den Zaun zu bringen, von wo aus relativ schnell die Zombies reinströmen. Daryl, Pope und Leah gucken sich das alles von dem Turm aus an, aber dann eskaliert die Situation. Daryl versucht, Leah zu überzeugen, die Reaper zu verlassen, gerät dann in einen Kampf mit Pope. Am Ende tötet Leah Pope, hat aber wegen der kameradschaftlichen Gefühle trotzdem keinen Bock auf Daryl. Sie schiebt ihm den Mord an Pope also in die Schuhe und zündet diese komische Kriegsmaschine in Richtung Horde Maggie, Negan, Gabriel und Elijah. Wer war das nochmal? Wir sind fertig. Muss ich dir jetzt nochmal sagen, wer Elijah war? Wer ist eigentlich Elijah nochmal? Das war Mr. Masked Ninja Warrior, The Masked Warrior. Ach, warum hat er denn keine Maske mehr an? Ja, weil die Staffel vorbei ist und er jetzt wieder, ich habe keine Ahnung, ich, wir kam, ich hatte, ich greife jetzt ein bisschen vor mir, ich habe auf dem Zettel stehen, weil der war ja dann weg und war dann wieder da, obwohl wir das letzte Mal gesehen haben, dass er einen Strick um den Hals hatte. Vielleicht gehörte, vielleicht gehörte der zu den Reapern und hatte deswegen diese Maske? Okay, ich habe keine Ahnung. Er ist irgendwann mit Gabriel wieder in dieses Safehouse reingestolpert und ja, dann war er da und ich wusste nicht, wer er war. Aber ich wusste ja auch nicht, wer Frost war. Ja, da freut es mich, dass ich nicht der Einzige bin, der gedacht hat, so hä? Ja, also den haben wir schon gesehen, aber halt auch nur, ja, ist halt ein Redshirt mit Namen. Kaum hat er einen Namen, sagst du besser Amen. Es ist einfach so. Es ist doch absurd, diese Gruppe von Maggie, die ist uns nie vorgestellt worden, aber wir sollen mit jeder einzelnen dieser Figuren von Maggie mitfühlen. Das ist total strange. Ja doch, sie ist uns einmal kurz vorgestellt worden, einmal, hallo, das ist Duncan, das ist bla, das ist bla, das ist bla und das ist Herschel Junior und ab dann musst du sie kennen. Okay und mitfühlen und lieben. Ja, gut, hat nicht so gut funktioniert bei mir. Aber gut, ich sag mal so, das ist so ein Punkt, nach elf Staffeln und dem 35. 13. Mal, wo das jetzt passiert ist, das ist fast schon so ein Running Gag. Hey, den kenn ich nicht, er hat einen Namen, hey, er wird tot sein und zwar noch in der gleichen Folge. Also von daher ist das natürlich dann so eine Geschichte, aber es ging mir bei Frost, ging es mir exakt genauso. Also ich höre so, hä, wer ist das jetzt? Ich dachte, die hätten irgendwen im Wald gefunden, den Daryl da jetzt quellen muss. Es ist natürlich tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, wenn das wirklich jemand aus Ergys Gruppe war, aber ja. Ja, wie gesagt, es wurde halt auch bisher nicht gesagt, jetzt bei Elijah, wo der war und warum der wieder da war. Also ich meine, diese Maske, da müsste man sich jetzt, ich meine, die Reaper hatten halt auch diese Maske auf, aber ich meine, wir müssen eh über diese ganze Reaper-Geschichte reden und vor allem über dieses Feuerwerksgedöns da am Ende. Also wir können auf jeden Fall sagen, das Positivste an den Reapern ist, dass es offensichtlich eine kleine Storyline war, die jetzt offensichtlich schon wieder vorbei ist. Ja, höchstens noch ein, zwei Folgen hat, weil ich sag mal, Lea macht jetzt noch irgendwie den dicken neuen Reaper-Pope und dann dauert es halt noch zwei Folgen und dann ist die hoffentlich Geschichte, weil ich kaufe, ich habe Daryl und Lea in der Zwischenfolge nur bedingt gekauft. Und ich kaufe es jetzt überhaupt gar nicht. Also null. Hast du, hast du das, findest du, dass diese zwei Schauspieler eine Chemie miteinander haben? Nein, nein. Es ist ja sowieso relativ schwierig mit Daryl und Chemie. Ich meine, der kann halt nicht reden. Das ist immer noch sein Problem. Deswegen finde ich ja immer noch, dass er ganz gut zu Conny passt, weil Conny kann nicht hören. Und die haben ja auch so ein bisschen angebandelt, die beiden. Ja, eben. Wie man das im Neudeutschen sagt, das shippe ich jetzt auch total. Ja, ja. Wir shippen Conny und Daryl. Aber um mal diese Reaper-Storyline noch ein bisschen abzuhaken. Ja, also vieles hat da bei mir tatsächlich nicht so richtig funktioniert. Aber gut, sie hat auch nicht so sehr gestört, weil sie auch nicht so groß war. Also es waren ein paar blöde Szenen, die konnte man aber dann irgendwie wegschlucken und sowas. Und dann konnte man sich wieder freuen, wenn man ins Commonwealth geht am liebsten oder vielleicht noch nach Alexandria. Deswegen aber haken wir mal gerade diese Reaper-Storyline ab. Was hältst du denn von dieser Waffe jetzt da am Ende? Ja, ganz ehrlich, das ist doch albern. Also das sind einfach ein paar China- und Polenböller auf dem Sperrholz-Ding. Also sorry, das soll jetzt die Mörderwaffe sein, von der man die ganze Zeit da gequatscht hat. Und ein paar Feuerwerks-Raketen. Also ganz ehrlich, da haben ja die Ultras von Leverkusen mehr Waffenpotenzial. Also ich weiß wirklich nicht, ich glaube die wirkungsvollste Abschirmung gegen so eine Waffe ist doch einfach, keine Ahnung, ich setze mich irgendwo hinter oder sowas. Ich meine, da ist ein Auto, ich kann mich einfach hinter dieses Auto stellen, dann passiert da schon nichts mehr. Ich habe wunderweise was gedacht, Bazooka-Gatling-Gang, keine Ahnung, irgendwie sowas. Immer mit einer Gatling- und außenreichenden Musikion bist du in der Welt wirklich der König. Aber ja, das war albern. Und das sah auch noch, ganz ehrlich, das sah auch noch total kacke aus. Also das war auch nicht mal furchteinflößend. Ja. Ja, das war nichts irgendwie. Und allgemein habe ich das Gefühl, die Reaper, so wie sie sich jetzt dargestellt haben, mit ihren Issues die ganze Zeit, mit diesem irren Pope am Anfang, am Kopf. Wie haben die denn überhaupt so lange überlebt in dieser Welt? Das ist ja unglaublich. Genau. Ja. Also auch das hatten wir ja beim letzten Mal, dass wir da gesagt haben, wir haben die, hat man glaube ich schon mal kurz drüber gesprochen. Also diese Gemeinschaft macht für mich überhaupt keinen Sinn aus ganz vielen Gründen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass wir den nicht wirklich abgekauft haben, dass das alles Elite-Soldaten gewesen sein sollen. Ja, nee. Also das einzige Mal, wo es wirklich, und das fand ich, aber da wurde nichts draus gemacht, was ich wirklich bedrohlich fand. Ich fand die Idee, das von Negan, diese Whisperer-Nummer zu machen, das fand ich echt clever. Fand ich vom Drehbuch clever und fand ich auch in Story, in Universe clever. Ja, weil man dann wirklich auch mal sagen kann, von so komischen Gemeinschaften, bei denen man nicht weiß, warum leben die denn die ganze Zeit so mit diesen Zombies zusammen? Aber deren Methode, deren Waffe, die kannst du dir ja super klauen, das ist ja perfekt. Also deswegen fand ich das richtig gut, dass sie mal diese Nummer da gemacht haben. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht viel auf der Nutzen, sich mit Zombieschleim einzureiben. Das hat ja Gott sei Dank jetzt Conny nochmal benutzt, aber das benutzen sie ja viel zu selten. Aber das mit den Reaperern, das ist mit den Whisperern, dass er nochmal diese Whisperer-Maske ausgepackt hat. Super Move, fand ich auch. Ja, Markus Schulz schreibt im Chat, die Reaper wurden als spannendes Mysterium eingeführt, mit dem Fallen der Masken, der schlechten Charakterisierung und dem schwachen Plot wurden sie schnell wieder entmystifiziert. Ja, absolut. Und dann schreibt, der Blair Reed schreibt, die Waffe nenne ich nur die alberne Helge. Den albernen Helge, ja. Also es hatte für mich kurz einen Moment, nämlich als sie dann, es ist ja auch plötzlich Nacht geworden, also Tageszeiten, Detail ist, als sie dann diese Sprengfallen überall hatten und die überall hochgeknallt sind. Das fand ich sowohl visuell, oder war das ein starkes Bild, aber da wurde mir dann für unsere Helden, also Megan, Negan und Co. zu wenig draus gemacht. Ja, weil wir nie wussten, wo die waren. Ja, genau. Und klar, Plot-Armor, okay, aber das hätte man, glaube ich, einen Ticken, weil das war eigentlich, fuck, das ist nämlich ein guter Konter, überall sind diese Minen versteckt. Shit, wir können nicht einfach so. Und dann ist ja die Frage, wenn sie sich zu schnell bewegen, wenn sie von oben von Snipern etc. Aber dann hatten sie ja auf allesgleichen Konter, dann war dann plötzlich irgendwie der Gabriel in dem Turm, der ist dann auch ein Einäugiger, der Sniper ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das so geht, eigentlich eher nicht. Ja, vielleicht ist es sogar besser, vielleicht ist es sogar besser, weil die Sniper, die greift doch immer ein Auge zu. Nee, eben nicht, eben nicht, eben nicht. Wenn du das machst, bist du nicht lange Sniper, weil du deine Umgebung nicht mehr siehst. Du musst also schon mit dem zweiten Auge im peripheren Sehen sein und gucken, dass du halt auch, wenn du dich zu sehr auf dein Ziel konzentrierst und deine Umgebung nicht mehr wahrnimmst, dann bist du auch relativ schnell weg vom Fenster. Das ist keine gute Voraussetzung. Dann haben sie mit Maggie ja in den Toren dann jemand gehabt und noch mit Daryl, es gab halt immer so ein Konter und Gegenkonter und Konter und Gegenkonter und da hätte ich noch ein bisschen mehr, wir haben jetzt 24 Folgen Zeit, da hätte ich ein bisschen mehr Terror. Wie er erwartet oder erhofft. Die Frage ist auch, also so richtig Sinn ergibt das mit dem Minenfeld ja auch nicht, weil ich meine, Daryl wusste das nicht mit dem Minenfeld? Ist der nicht die ganze Zeit da draußen rumgesneakt? Wie hoch ist denn die Gefahr, dass dann Daryl einfach mal in die Luft fliegt? Also das ist auch nicht so richtig schlau, oder? Also keine Ahnung. Es war alles nicht so richtig durchdacht und das finde ich eigentlich schade, weil ich meine, in dem Moment, wo die jetzt mal zum ersten Mal sich irgendwelche Bösewichte selber ausdenken, die es nicht in den Comics gab, dann überlege ich mir doch irgendwelche sinnvollen Bösewichte, oder? Also dann habe ich jetzt mal einen völligen Freiraum, kann machen, was ich will und dann erfinde ich irgendwie so ein paar halbgare Military Dudes, die keine besondere Power haben und die relativ schnell auszukontern sind, fand ich bitter. Die dann am Ende auch von dem Interesse her noch konkurrieren müssen mit dem Commonwealth. Ja, das ist bitter. Ja, die sich dann auch noch die Screentime mit denen teilen müssen, wo du eigentlich dann sagst, komm, lass jetzt skip to Commonwealth, das will ich sehen. Ja, also ja, schade, hätte man mehr draus machen können, hatte natürlich so seine, ja, seine Schockmomente, aber du bist halt auch nach der Negan-Lucille-Glen-Abram-Nummer hat, hast du halt auch in Anführungszeichen auch so übel, das klingt auch alles schon gesehen. Ja, das war halt dann schon so der heftigste Moment ever und den zu toppen mit irgendeinem random Dude, der Frost heißt, den du nicht kennst, nee. Ja, schwierig. Ja. Aber spannend ist, dass wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen haben, wie das Ding jetzt ausgeht. Ja, weil es ja auch, ja gut, also wir haben jetzt halt Daryl, der angeblich, der gut verliebt ist, soll das verliebt sein? Nein, einfach nur Sympathien herhegt, ne, er mag sie halt, ich muss nicht glauben, dass er da verliebt ist. Irgendwo im Chat gelesen, dass auch da jemand geschrieben hat, dass sich ihm eh da nicht so ganz stimmt. Ja gut, er wollte sie retten, indem er sich halt dann offenbart und gesteht, dass die Leute da draußen alle seine sind. Und, ja, und dann gibt's halt einen Coup aller Klingonen, ja, der Führer ist tot, das lebe der Führer. Ja. Also, und dann, ja, hintergeht sie ihn halt, was heißt hintergeht sie ihn halt, sie ist halt konsequent in dem Sinne, dass sie halt sagt, so kann ich halt meine Familie am besten beschützen. Und da hab ich aber das zweite Problem gehabt, weil ich irgendwie nie ein Gefühl für die Größe dieser Reaper hatte. Wie viele sind das denn jetzt? Fünf oder sechs, oder? Ja, okay, und dem gegenüber steht die Möglichkeit, mit diesen fünf, sechs Leuten jetzt in eine bestehende Community einzutreten aus 500 Leuten. Tja. Warum willst du zu fünf bleiben? Ja. Keine Ahnung. Weil du dann, weil du zusammengepfercht bist, weil du damals in dieser Kirche nicht verbrannt bist oder so. Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ist egal, komm, lass die Reaper abhaken, lass die Reaper abhaken. Naja gut, können wir sie denn jetzt abhaken? Was kommt denn jetzt mit Lea noch? Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Lea ist das einzige Problem. Ich glaube, alle anderen sind relativ schnell jetzt tot. Und Lea steht halt da oben auf dem, auf diesem blöden Turm da. Also ich glaube, die Nummer ist relativ schnell vorbei. Müsste eigentlich. Ja. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, wenn halt, wo du gerade sagst, Gabriel vielleicht vom Turm. Und dann hat sie es vielleicht erledigt. Keine Ahnung. Ja, oder, oder wir kriegen jetzt die ganze Zeit, also wir müssen jetzt gleich nach Alexandria gehen. Und da wird vorbereitet, dass Alexandria quasi kaputt ist und die irgendwie vom Commonwealth gerettet werden müssen. Das wird ja im Prinzip vorbereitet. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Und dann sind dann irgendwann alle Protagonisten im Commonwealth. Vielleicht hält dann Lea irgendwie relativ lange noch Daryl und Maggie und Negan gefangen oder sowas. Und das Commonwealth muss irgendwann kommen und die retten. Könnte ja sein. Von mir aus kann sie aber auch dann bald den Serientod sterben. Franziska schreibt im Chat auch, ja, abhaken interessiert nicht. Ja, gut. Dann haken wir mal ab und gehen vielleicht mal nach Alexandria, oder? Ja, anscheinend möchtest du ganz dringend nach Alexandria gehen. Ich mag gar nicht so gern nach Alexandria gehen, aber ich folge dir jetzt mal unauffällig. Ja, wir, das Commonwealth halten wir uns mal für den Schluss auf. Aber Alexandria hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist zwischendurch immer so ein bisschen Unsinn passiert, bei denen du dich gefragt hast, warum machen die das denn überhaupt noch? Weil die sich aber, glaube ich, nicht eingestehen wollen, dass Alexandria, dass ja ihre Heimat jetzt für, keine Ahnung, neun Jahre oder so war. Also wir haben ja den Zeitsprung von sechs Jahren. Drei haben wir, glaube ich, schon gesehen. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen mehr. Und Aaron ist ja noch länger da. Ach so, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, mit die meinst du die Charakter in der Serie. Ich meinte jetzt, ich hatte jetzt im ersten Moment gemeint, du meinst mit die, die Schreiber, dass die sich nicht davon verabschieden können. Nee, ich meinte tatsächlich die Charakter in der Serie, dass die sich nicht verabschieden können von Alexandria, weil die irgendwie sagen, das war unsere Heimat. Aber eigentlich zeigt uns diese Staffel bis jetzt immer wieder irgendwelche Momente, wo Alexandria auseinanderbricht. Entweder bricht der Zaun oder die Mühle ist verseucht, dann brennt die Mühle, dann brechen auch die letzten Häuser irgendwie zusammen, weil es einen heftigen Sturm gibt und sowas. Das heißt, wir haben im Prinzip diese gesamte Staffel, die Dekonstruktion von Alexandria gesehen. Das war nicht immer gut, aber es war zumindest konsequent. Und damit feuert es konsequent, also es war nicht immer gut in dem Sinne zum Beispiel, dass, oh, alle unsere Werkzeuge sind kaputt. Ich so, was? Warum sind eure Werkzeuge kaputt? Was für ein Schwachsinn. Ja gut, aber gut, es war nicht immer gut, aber es war konsequent und wir haben jetzt konsequent da im Prinzip zwei Ruinen. Also ich weiß nicht genau, was mit Oceanside ist, aber im Endeffekt Hilltop und Alex... Das ist ja verlassen schon längst, da ist ja schon... Ja, und es war ja auch nicht viel, das war ja ein paar Hütten so, genau. Und Hilltop ist kaputt, das haben wir jetzt deutlich nochmal gesehen und Alexandria ist im Prinzip mittlerweile auch fast unrettbar. Ja, das sagt man uns. Ja, sagt man uns, genau. Das heißt, wir müssen da jetzt bald das Ding hinter uns lassen und ich finde, das ist uns bis jetzt in der Staffel erzählt worden und es ist uns auch konsequent erzählt worden. Es war nicht immer alles spannend, es war nicht immer alles toll, aber es war konsequent. Ja. Ganz kurz mal der Exkurs noch, dann haben wir den auch. Du hast gerade Hilltop gesagt, wir haben ja dann noch einmal ein bisschen Badass Aaron. Denn, ja, der hat einen richtig schlechten Tag gehabt an dem Tag, oder? Ja, kann man so sagen. Das war natürlich was, das ist so ein komischer Charakter, der schwankt so zwischen unglaublich, fast schon schmerzhaft, naiv, gutmütig. Ja. Und dann hat er plötzlich diese Nummer. Sehr rickig. Bitte? Sehr rickig. Ja, ja, genau, richtig, ganz genau, ja, richtig, sehr rickig, richtig. Ja, in der Tat, wo er dann also dem Überbleibsel der Whisperer dann noch die Hand abschlägt, beziehungsweise halt ihn damit ja eigentlich rettet. Eine Sache noch ganz kurz zu den Reepern, beziehungsweise zu Pope, was ich ganz nett fand, ist, dass die auch von den Whisperern mal gehört hatten und er, glaube ich, dann nur sagt, die Frau mit ihrem Gedöns ist wieder da, irgendwas sowas sagt er, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Aber das fand ich ganz gut, dass die, die auch schon mal kennengelernt haben, aber jetzt dann, er dann jetzt nicht wusste, dass sie da Alpha, Beta, Gamma oder sonst irgendwas heißen, ja? Ja, da hätte ich mir dann durchaus vielleicht noch einen Nachsatz gewünscht, wo er dann sagt, die haben wir schon mal besiegt, wir schaffen das nochmal, dass man irgendwie so weiß, okay, was hattet ihr denn schon mal mit denen? Also das ist mir nur gerade noch so ein bisschen zu den Whisperern eingefallen. Das ist eigentlich ganz spannend, ne? Also wir, wir haben von Pope immer wieder Andeutungen bekommen, dass er eventuell auch Maggie kennt und mit Maggie schon was zu tun hatte, aber jetzt ist es vorbei, weil Pope ist tot, das heißt, das wird auf jeden Fall nicht mehr aufgelöst. Außer Maggie ist irgendwann traurig, dass Pope tot ist, aber auch das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Hoch war die falsche Stadt. Ja, genau. Ja, also back zu Alexandria. Wir haben ja viele Charakter jetzt relativ wenig oder nur so nebenbei gesehen. Also Carol huscht ja eigentlich nur so mal durchs Bild. Mhm. Ja. Viel mehr passiert da ja nicht. Rosita darf halt mal wieder ein paar dem Drehbuch gefallene Zombies platt machen. Also man fragt sich halt, okay, wenn Rosita alleine so viel platt machen kann, warum geht der dann jetzt nicht mal alle raus? Also diese ganze Alexandria Nummer, außer den schönen Charakter-Momenten rund auf Judith, fand ich eigentlich eher lahm. Ja, aber du hast, du hast völlig recht, ne? Judith ist, ähm, ist echt ein Lichtblick, ne? Also einerseits die Darstellerin super. Ganz genau, ja. Ich weiß nicht, die ist ja irgendwie zehn oder zwölf oder sowas und ich finde, sie bringt aber ihre Verzweiflung und ihre, dann auch wieder versucht, ihre Professionalität gegenüber den Kindern zu bewahren, um denen Hoffnung zu spenden. Das bringt die echt gut rüber. Hat mir gut gefallen. Ja, aber es gibt halt so ein paar Charaktere, die einfach bescheuert sind. Also was sind denn das für Teenies da, die da irgendwie zu nah an die Zombies rangehen? Was ist denn das für eine Idee? Also ich kann ja verstehen, dass Teenies Dummheiten machen, aber ich, aber doch nicht Dummheiten, die mich sofort mein Leben kosten können. Das ergibt doch keinen Sinn. Nicht in der Welt. Ich überlege gerade, gut, ich sag mal so, die Teenies in World Beyond sind halt auch, da haben wir uns auch drüber aufgeregt, dass die sind aber anders dumm. Ja, genau. Die sind dumm, weil die nichts machen, weil du halt denkst, okay, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, auch die sind halt Walker gewohnt und machen halt ihren Spaß. Mit wie halt, ja, der böse Schulbub halt auch die Katze mit dem Luftgewehr beschießt. Ja, keine Ahnung. Nur die Katze kann der im Zweifel, na gut, im Zweifel hast du Tetanus, ja, aber schlimmer kann es nicht werden. Aber ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Und dann auch, dass sie dann mutwillig das Andenken von Rick Grimes dann kaputt machen. Ja, bitter, bitter. Franziska schreibt, ich finde, die Pandemie hat schon gut gezeigt, dass viele sich an die Gefahren gewöhnen und dann dumme Sachen machen. Finde ich eine spannende Überlegung. Aber die Pandemie hat ja nicht gezeigt, dass du, keine Ahnung, du gehst doch nicht freiwillig quasi, also du bringst dich doch nicht einfach um. Weil im Endeffekt tun die das ja, ne? Die halten sich, die halten irgendwie den Finger an den Zombie ran. In dem Moment, wo der auch nur einmal richtig schnappt, sind die tot. Punkt. Ohne Diskussion. Oder in der Pandemie, in dem Fall ist es ja so, dass du halt für dich, wenn du halt zu den Leuten gehörst, die halt sagen, ich bin mit ihm, ist es halt eine Risikoabwägung für dich. Das ist am Ende halt ein bisschen Glücksspiel mit entsprechenden Einsatz. Ja. Das ist wahrscheinlich wie Autos fahren, besoffen und nicht angeschnallt. Kann gut gehen, muss halt nicht. Genau. Da halt auch, aber da ist es in dem Fall so, wie du sagst, wenn dich halt einer beißt, dann ist halt Feierabend. Ja. Ja, und Franziska, vergleich es jetzt nochmal, Feiern ohne Impfe in großen Massen, ja, das ist dumm, ne? Aber es ist halt trotzdem nicht zwangsläufig zum Tode führend. Und was die da machen, führt zwangsläufig zum Tode. Gibt's ohne Diskussion. Ja. Das ist halt irgendwie bescheuert. Aber Markus schreibt auch noch, in Alexandria habe ich das gleiche Problem wie ihr bei den Reapers. Wie groß ist die Gruppe dort eigentlich noch? Ein paar Charaktere in dem Haus können doch nicht alles sein, oder? Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass wirklich alle in diesem Haus sind, oder? Ja, dann huschen wir wieder beim Aufräumen fünftig das Bild. Aber das, was wir in den früheren Staffeln hatten, dass uns eine geografische Verortung gefehlt hat, die fehlt eigentlich immer irgendwie noch, aber okay. Habe ich jetzt kein Gefühl mehr für Gruppengrößen. Das ist richtig, ja? Das ist genau beobachtet. Also außer beim Commonwealth, dass man jetzt zumindest als Punkt, aber auch das Commonwealth fühlt sich jetzt noch nicht größer an als das Kingdom. Ja, aber sie sagen es zumindest, ne? Sie sagen es zumindest, dass da 50.000 Leute wohnen. Ja, dann gehen wir doch mal ins Commonwealth. Du willst da schon die ganze Zeit hin. Ne, ich will ja ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich, beziehungsweise wir können überlegen, ob wir jetzt ins Commonwealth springen oder wir erst nochmal mal wieder über Maggie und Nigen reden müssen. Außerdem haben wir doch ein Horrorhaus vor uns. Ach stimmt, das können wir noch dazwischen, das können wir noch vorstellen. Dann lass uns doch erstmal schnell ins Horrorhaus gehen. Wir haben nämlich in Folge 6 eine Folge, die eigentlich mehr oder weniger, also die hat zwei Punkte. Einmal Daryl bei den, undercover bei den Reapern vergessen war. Aber wir haben dieses Horrorhaus mit Connie und Virgil. Und ich meine mich zu erinnern, dass du mir auf Telegram geschrieben hast, dass du die nicht so gut fandest. Oder habe ich das falsche Erinnerung? Ich weiß es nicht, drei, vier Wochen näher. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, weil es ja wirklich sehr, sehr lang her war. Und weil ich vor allen Dingen diese Szene, also sie sind mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Diese Szene, weil ich sowas wirklich noch nie gesehen habe. Also das habe ich, also zumindest bei Walking Dead, natürlich habe ich schon mal sowas gesehen. Da war ein Stück weit, habe ich eben gesagt, The Quiet Place drin. Da war ein Stück weit Hitchcock drin mit diesen Streichern, die da die ganze Zeit kamen. Und dann aber diese komisch verunstalteten Menschenspinnenwesen. Was war das denn? Hatten die Tollwut? Tja, das habe ich mich auch gefragt. Das war, das war halt so ein bisschen so Kannibalen wie bei Terminus, nur halt nochmal drei Spuren. Ich glaube, das musst du einfach kaufen, so wie du bei Texas Chainsaw Massacre die Family kaufen musst. Punkt. Das ist halt Horror um des Horrors Willen und das bedarf und kann nicht näher und vernünftig erklärt werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber spannend. Also ich finde, sowas haben wir selten in Walking Dead gesehen. Wir haben immer Zombies gesehen in verschiedensten Ausführungen und wir haben Menschen gesehen, die teilweise auch wahnsinnig waren. Also, aber das ist ja jetzt hier irgendwie schon fast ein Hybrid gewesen. Also das ist ja kein richtiger, du kannst ja nicht mehr richtig Menschen nennen, die da rumgelaufen sind. Aber Zombies waren es halt auch nicht. Irgendwie strange. Aber die Szenen haben natürlich von der Spannung her super funktioniert, weil es natürlich auch schlau ist. Also du hast Conny, die eben taub ist. Ist taub noch das PC-Wort? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist gehörlos auf jeden Fall. Und dann, ja, tastet sie sich da halt durch dieses Haus, kann nicht mit Virtual kommunizieren, was natürlich auch immer ein Problem ist irgendwie. Von Virtual wissen wir auch noch, dass der auch irre ist. Also wir erinnern uns da an diese komische Nummer auf der Insel mit Michonne, mit diesen Leuten, die er eingesperrt hat und so. Das heißt, alles war im Prinzip darauf ausgelegt, dass wir sehr, sehr viel Spannung empfinden. Ich fand es ein bisschen abstrus, aber die Spannung hat jetzt schon, auch beim zweiten Gucken, hat bei mir schon auch gut funktioniert. Wie war es bei dir? Ja, so Body Horror, also Body Horror in dem Sinne, dass Menschen sich das, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, ob sie da jetzt irgendwelche Ausdruckstänzer sich besorgt haben, die so laufen oder ob da ein bisschen CGI nachgeholfen wurde. Falls das CGI im Spiel war, war es ausnahmsweise mal für Walking Dead Verhältnisse nicht zu sehen. Ich tippe aber mal da drauf, dass sie wahrscheinlich irgendjemand oder eine Tänzergruppe da mal engagiert haben. Und damit kriegst du mich, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch eine eher mittelmäßige Serie geguckt, Lovecraft Country, war nach einer Staffel abgesetzt worden. Man weiß auch ein bisschen warum. Aber da gibt es auch zwei, drei Szenen mit so Creepy Girls. Zwilling hast du schon tausendmal gesehen, aber die haben auch diesen, ja, damit kriegst du mich auf so einer scary Ebene. Und dann diese ganze Atmosphäre von diesem Haus und so, dass sie so durch diese Zwischenwände rennen und natürlich auch das Spiel mit der Taubheit, ja, mit dem Ton. Ja, das fand ich schon extremst gelungen und war für mich, ehrlich gesagt, die erste und einzige wirkliche, naja, mit Ausnahme, als die Whisperer auf diesem Hammer-Productions-Streethof noch rumlaufen. Aber der war halt schon so drüber, dass das eigentlich mehr so ein Halloween-Special war. Aber da ist immerhin Jesus gestorben. Aber immerhin ist Jesus gestorben, ja. Also das war für mich mit der zusammen die einzig wirkliche richtige Horror-Folge, ja. Und das fand ich dann toll. Und da hat es mich auch durchaus ein bisschen Gänsehaut-mäßig, die hatten mich da. Sie haben nicht ganz so billig auf Jumpscares gesetzt, nur so bedingt. Also ich fand es gut. Ich fand es auch sogar wirklich spannend, weil ich so dachte, na, Conny, zählt die zu den Expendables? Kann es sein, dass jetzt vielleicht der Virgil aus Versehen beim in die Wand kloppen in den Kopf haut oder so? Ja. Also ich fand es wirklich spannend. Ja, genau. Also da haben sie auch den richtigen Moment genutzt, weil wir Conny grundsätzlich gerne ganz okay finden. Das ist jetzt eine, an die wir uns so ein bisschen gewöhnt haben und die wir auch gerne wiedersehen wollten. Und sie war halt lange nicht da und wir würden nicht sagen, dass sie nicht sterben kann. Genau, also wie du es eben geschrieben hast, wir konnten doch alle sagen, eventuell stirbt Conny. Das können, das würden wir denen zutrauen, ja. Waren wir auch nicht die Einzigen im Chat, wird es auch ein bisschen genauso gesehen. Aber natürlich, ja, auch das, Mr. Twitch, hast du richtig. Die Story hat es jetzt nicht weitergebracht. Bei einer 24-Folgen-Staffel habe ich damit aber jetzt nicht so ein Problem. Also bei 24 Folgen kannst du auch mal sowas machen. Dann, mich wundert ehrlich gesagt, dass sie es erst in der letzten Staffel macht. Das war nicht schon viel früher, mal sowas gemacht hat. Und dann doch lieber solche Begegnungen, die irgendwo auch an der Roadside sind. Keine Ahnung, die laufen in irgendein Gebäude rein und da finden sie dann irgendwas. Doch lieber sowas als so einen halbgaren Reaper-Plot. Also dann hätten sie doch die Reaper streichen können und auf dem Weg zum Commonwealth treffen sie auf ganz, ganz komische Häuser, wo unter anderem sowas passiert. Dann mach doch ein bisschen Roadmovie, ist doch kein Problem. Also es scheint zu funktionieren. Bitte mehr davon, würde ich sagen. Ja, man hält sich. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache, welche Bösewichte Vereine halt so den größeren Appeal hat. Aber für mich hätte man auch viel länger in Terminus und rund um Terminus bleiben können. Im Verhältnis zu dem, wie lange man sich mit dem Governor aufgehalten hat. Ja, ist Comic-Vorbild und so, weiß ich schon. Aber am Ende des Tages finde ich so creepy durchgeknallte, irgendwie spannender zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn es dann der zehnte ist, ist es auch langweiliger. Aber ich fand, wäre lieber mal länger in Terminus geblieben als beim Governor. Aber das ist halt vielleicht auch Geschmackssache. Ich erinnere mich an Terminus kaum noch tatsächlich. Ja, es waren ja nur zwei Folgen. Es waren zwei Folgen und dann ist Carol da reingerannt, hat alle umgebracht und hat sie alle befreit. Genau. Ja. Gut. Gut, dann lass uns zum, was möchtest du? Du darfst auswählen, Commonwealth oder Maggie und Negan. Ja, wir haben ja Maggie und Negan, also dann machen wir das Commonwealth zum Schluss. Ja, weil Maggie und Negan sollte schneller gehen. Genau. Die hatten wir ja im Prinzip schon so ein bisschen, weil sie auch mit den Reapern zu tun haben. Das heißt, im Endeffekt war die Story, die wir jetzt ja erzählt bekommen haben, in der ersten Folge laufen Maggie und Negan los. Weil es muss Essen besorgt werden und dann mit Irrungen und Wirrungen kommen sie auf verschiedensten Ebenen nur noch mit vier Leuten bei Meridian an und müssen dann irgendwie das da erobern. Ich finde, es hat sich zwischen den beiden so ein bisschen was getan, aber es nervt halt schon, dass Maggie immer wieder draufhaut und immer wieder draufhaut. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo sie immer aufhört draufzuhauen und dann sagt Negan da diesen tollen Spruch mit, oh, ich hätte euch ja damals alle umbringen müssen. Und dann denke ich so, ey, hört doch mal auf, wir haben es gecheckt und es bringt hier keinen mehr weiter, was ihr da gerade tut. Ach echt? Ich fand das ehrlich gesagt schon, dass es uns insofern weiterbringt, als dass man glaube ich jetzt sicher sein kann, dass Negan nicht plottet im Hintergrund, irgendwelche Ränke schmiedet. Sondern der ist jetzt einfach ehrlich und straightforward und der sagt jetzt alles raus. Und ich finde es natürlich konsequent, also was ich gut fand, bei allem, was du gerade gesagt hast, wo ich völlig bei dir bin, wo ich denke so, what's the point? Also entscheidet euch jetzt mal für den Status Quo. Trotzdem fand ich eine Sache ganz interessant, auch gerade in Verbindung mit Aaron dann, dass natürlich auch Negan mal die Gelegenheit kriegt, mal seine Sichtweise darzustellen. Also ja, er hat angefangen, ja, brauchen wir uns nicht, aber er hat aus seiner Sicht ja angefangen, beziehungsweise hat er ja nicht angefangen, er hatte nur das, was er immer gemacht hat, war halt Straßenräuber mit seiner Gang, so. Alles was ihr, all your belongings, belong now to Negan, so. Und aus seiner Warte raus hat natürlich Rick angefangen mit dem Angriff auf die Sendestation. Ja, die ja auch heftig war. Der auch heftig war, absolut, ja, und wo sie ja auch jetzt nicht gerade ritterlich vorgegangen sind, sondern ja auch um Schlaf welche gekillt haben und so weiter. Also das hatten wir auch schon öfter mal besprochen, ja, jetzt Rick ist hier definitiv nicht die moralische Instanz in dieser Welt. Also auf gar keinen Fall, ja, am Anfang vielleicht mal, aber schon lange nicht mehr. Und dann kann man natürlich aus seiner Warte raus sehen, was willst du eigentlich, im Nachhinein wäre es mir nie besser gegangen, wenn ich euch damals alle gekillt hätte, dann hätte ich nämlich meine Ruhe und wäre wahrscheinlich immer noch in meinem Savior-Ding und fertig. Von daher kann man da ihm schon, und Franziska schreibt es auch, voll zustimmen, dass er in dem Fall ist. Und er ist halt gnadenlos ehrlich an der Sache. Man muss auch sagen, das hatte ich auch völlig vergessen, das muss ich auch nochmal kurz nachschlagen, das stimmt natürlich, das Ziehkind von Aaron Gracie haben sie den Saviors geklaut. Das war ein sehr, sehr witziger Punkt, wo irgendwie Maggie sagt, ja, ihr hattet halt keine Kinder bei den Saviors, Nigen einfach nur, okay. Und woher hat Aaron Gracie? Ja, gotcha. Ja, gotcha. Ja, outgecalled, ja. Genau. Und von daher fand ich dieses Gespräch gut und wichtig und könnte nochmal so eine, nicht, dass ich jetzt Bedingungslohn ins Team Nigen wechsle, ja. Aber ich bin auch bei dir, wir müssen jetzt mal einen Status Quo finden, weil so bringt uns das jetzt nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das Commonwealth halt irgendwie so ein Game Changer ist und jetzt greife ich ganz weit in die Zukunft, wenn halt Rick wiederkommt. Mhm. Ja, aber das wird ja nicht in dieser Serie passieren. Also da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt mir gar nicht mehr so sicher, so oft, wie der uns jetzt angeteasert wird, ne, dass jetzt, ähm, Virgil weiß ja von Rick, er müsste es ja, und er weiß ja auch, dass Judith Michons Tochter ist. Ich frage mich halt, warum er noch nichts gesagt hat. Was hätte er sagen sollen, Virgil? Dass Rick noch lebt und dass Michon sich auf den Weg gemacht hat, ihn zu suchen. Und dass er Rick kennt. Er kennt Rick? Naja, er hat doch sein Handy oder sein, und, 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 und diese, diese, diese Notizen, die Michon findet auf der Insel. Das schlägt, rennt doch Michon ja überhaupt erst los. Ja, deswegen rennt sie los und schließt sich dieser riesigen Karawane an da, ne, aber, ähm, ja. Und, 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 und es gibt die Dialoge von, äh, die aufgeschriebenen Dialoge von Kelly, äh, von Conny und von, von, von Virgil, die sie finden. Äh, äh, die ja auch verraten, dass da Michon sich aufgemacht hat, jemanden zu suchen und wer kann. Klar, alles nur so angedeutet, aber. Aber es gibt doch noch die, die Kinofilme, die in den Kino kommen und so. Ja, aber die wollen ja uns jetzt die vier, noch die restlichen, äh, 16, 16 Folgen jetzt noch dauernd so eine Karotte vorhalten. Ja, das fände ich jetzt. Wer weiß, wer weiß. Fände ich jetzt heftig. Gut, komm, ab ins Commonwealth. Ab ins Commonwealth, ja, ähm. Wie hat dir dieses Video gefallen? Sehr Lost, oder? Hallo, mein Name ist Troy McClure. Mich hat's an Troy McClure erinnert. Ach so. Aber ja, Lost stimmt natürlich auch, diese Dama-Videos. Aber ich hab irgendwie zuerst an, hallo, mein Name ist Troy McClure und sie kennen mich. Also er hat das Film, wie das Liebesleben der Pflasterstein, ja. Stimmt, stimmt. Voll gut. An den hat's mich jetzt erinnert. Ja, ähm. Das Commonwealth. Ich hab so viele Assoziationen und alle sind irgendwie, keine Ahnung, Joffrey, Ramsey Bolton, fällt mir da gleich ein, über den müssen wir noch reden. Ähm, wenn du jetzt, du hast jetzt World Beyond noch nicht gesehen, aber auch das ist ähnlich, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, ob es da noch ein, eine Connection gibt. Bestimmt. Weil es muss, weil das fühlt sich, ohne jetzt hier für World Beyond spoilern zu wollen, da werden wir ja einen extra Cast drüber machen, du hast es ja noch gar nicht gesehen. Es fühlt sich nicht unähnlich an. Lassen wir es mal dabei. Mhm. Ja, also erstmal, erster Blick, ne. Der erste Blick ist, au, da hab ich Bock zu leben in der Zombie-Apokalypse, ne. Und da hat mich dieses Video schon bekommen. Und ich kann auch verstehen, dass man irgendwie versucht, eine Gemeinschaft aufzubauen, dass man die dann mit Bürokratie überschüttet, ne, um irgendwie sowas wie Seriosität zu schaffen in dieser Welt. Der zweite Blick zeigt uns natürlich, dass es da, ich glaub, du hast es schon mal angeteasert als Kastensystem, dass es da halt ganz, ganz klare Bestimmungen gibt, ne. Das ist irgendwie eine absolute Planwirtschaft, in der halt jeder irgendeine Rolle bekommt. Und wenn dann halt der Chirurg Bäcker ist oder Konditor, ne. Ja, ähm, und dann wird's natürlich ein bisschen schwierig, weil wer plant dann und wer setzt die Leute so ein, wie sie möchten und warum sind denn dieser, warum ist dieser Teenie-Sohn denn irgendwie was Besonderes? Nur weil er der Sohn von Pamela, ähm, Dings ist, ne. So, also, ja. Ja, erster Blick war Hui und zweiter Blick ist, hm, das könnte schon schwierig werden, aber das macht's natürlich auch interessant, so. Hm. Hui im Sinne von, was die da machen oder Hui im Sinne von Story-Vice. Hui, Hui. Ach, Hui, ach, Hui, Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist einfach schön, es ist einfach schön da, also ich hab Bock da zu wohnen, so, also in der Zombie-Abglypse natürlich, so hab ich keinen Bock da zu wohnen, aber wenn ich, wenn die Alternative Alexandria und Hilltop und was auch immer ist, oder am besten noch der Schrottplatz mit Jadis oder so, ähm, dann, ähm, will ich doch auf jedenfalls Commonwealth, oder? Ja, solange du halt nicht willkürlich auf der Straße verhaftet wirst. Ja, genau. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, warum man da verhaftet wird, ne, also bei ein paar Sachen hab ich's nicht so richtig verstanden, warum zum Beispiel Miko, Miko heißt er, ne, also der... Tommy, der Bruder, der Bruder von Yumiko heißt Tommy. Tommy, okay, warum der verhaftet wird, das hab ich noch nicht ganz verstanden. Und ich glaube, das sollen wir an der Stelle auch noch nicht verstehen, sondern das ist halt eben die Willkür, die uns da dargestellt werden soll, so hab ich's jetzt interpretiert. Also der hängt halt irgendwie mit der rum und vielleicht brauchen sie auch ein Druckmittel gegen Yumiko, weil die zu viele Fragen stellt, also nehmen wir mal den Bruder Hobbs. Denn er hatte ja nichts damit zu tun mit dem Einbruch in den Funkraum. Und in Patrick wird geschrieben, weil er verheimlicht hat, dass der Arzt ist. Gut, okay, das hieße aber, dass alle abgehört werden. Und das ist, wird nicht gezeigt, oder? Gibt es irgendeine Szenen, die ich vergessen habe, wo gezeigt wird, dass alle abgehört werden? Dann, wie hieße das das Jahr? Ja, und, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden hatte. War das überhaupt ein Geheimnis, dass der Arzt ist? Ja, das, das definitiv. Er wollte nicht, dass irgendjemand weiß, dass er Arzt ist. Okay. Weil er, ja, wir wissen nicht genau, warum. Er sagt, als Bäcker geht's ihm besser, ja. Er wollte sich als Bäcker verwirklichen. Das haben die doch im Café besprochen, schreibt die Franziska. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er sich, also entweder er wollte nie Chirurg sein, das deutet er so an. Aber ganz ehrlich, wirst du Chirurg, weil deine Eltern es wollen, das muss man auch durchziehen dann, ja. Okay, sei es drum. Oder wollte er das nicht sagen, weil da oben was läuft, wo er nicht mitmachen will. Mhm. So hab ich's ehrlich gesagt eher interpretiert. Also ich kaufe, er will nicht in dieser elitären Kaste dabei sein, weil die Dreck am Stecken haben oder weißt du, irgendwas, was er weiß, so interpretiere ich das, wo er nicht mitmachen will. Deswegen sagt er, lass mich Bäcker sein. Macht aber auch nur bedingt Sinn, weil das kann er ja vorher nicht wissen, als sie ihn aufgenommen haben. Also das ist noch alles so ein bisschen, keine Ahnung. Und ich find's spannend, wie wir das Ganze finden sollen, weil grundsätzlich sind da ja sympathische Leute dabei. Also irgendwie, Lance Hornsby scheint nicht völlig unsympathisch zu sein, auch wenn er irgendwas noch im Schilde führt. Was ich total spannend finde, ist, dass Mercer uns meiner Meinung nach total sympathisch gezeigt wird. Ähm, auch wenn er halt seinen Job macht und die irgendwie davon abhält, aber das ist jetzt irgendwie kein Antagonist hier, Mercer. Und deswegen, ähm, ich find's total spannend, in welche Richtung das denn gehen soll. Und ich habe das Gefühl, dass sie hier einen guten Weg gehen, wahrscheinlich den, wahrscheinlich ist der in Comics gegangen worden, nämlich, dass man nicht sagt, dass hier schwarz und weiß ist, sondern sagt schon, dass das Commonwealth eine Qualität hat, eine Lebensqualität, ähm, die schon auch was bringt. Aber es bringt eben auch Nachteile und dann muss man sich irgendwie arrangieren oder halt nicht. Aber ich glaube nicht, dass uns hier gezeigt wird, dass Commonwealth ist jetzt, ähm, keine Ahnung, sind die neuen Saviors oder sind irgendwie, ähm, ist der neue Governor oder sowas. Also ich glaube, dass hier im Endeffekt eine Lebensgemeinschaft gezeigt wird, die du gut finden kannst, die du aber auch schlecht finden kannst aus verschiedensten Gründen. Was sagst du? Ja, ich denke auch, dass in so einer Welt, dass im Zweifel, es kommt noch ein bisschen drauf an, wie du so drauf bist, ne? Der ein oder andere Aussteiger wird natürlich Hilltop lieben. Ja, gut. Wenn die da Netflix haben, count me in. Ja, sie haben offensichtlich zumindest irgendwie, sie haben Spaß da. Ich meine, wann gab es ihnen noch was Spaß? Zumindest auf den ersten Blick. Und ja, genau, zumindest auf den ersten, auf den ersten Blick. Auch auf den zweiten, hast du die Torten gesehen? Und auch auf den dritten, denn ich fand die Strafe, ähm, die unsere Helden, die rund um Eugene, Ezekiel und Prinzess bekommen haben, fürs Einbrechen in einen Funkraum, relativ milde. Ein paar Häuser sauber machen und von Walkern befreien. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit Rausschmissumgehendem gerechnet, weil ich meine, die sind doch gerade mal ein paar Tage da und sofort werden sie beim Einbrechen erwischt. Also eigentlich hättest du die Achtkantig wieder rausschmeißen müssen. Ja, aber das ist genau das Problem, ne? Also rausschmeißen kannst du die halt nicht mehr. Das ist, exakt das ist ja das Problem. Du, ähm, selbst wenn die jetzt Bockmist bauen, ähm, die wollen ja eigentlich raus, die wollen ja eigentlich wieder zurück, ne? So, ähm, das heißt, rausschmeißen geht nicht, ähm, dementsprechend, was, was machen die eigentlich, was macht das Commonwealth, wenn die sich weiterhin nicht an die Regeln halten, ne? Schlau, hauen die die dann ewig in die Zellen rein oder sowas? Also wir werden sehen, ne? Also, ne? Na gut, es wird der Zerstörer aller Gemeinschaften kommen, Rick Rimes, und der wird auch diese Gemeinschaft zerstören. So wie Rick Rimes alle Gemeinschaften, die er trifft, zerstört hat. Also alle, ausnahmslos. Wo Rick Rimes hinkommt, ist, wächst danach kein Gras mehr. Ja. Früher oder später. Genau, dann ist jetzt die Frage, wo Rick Rimes jetzt ist. Im CRM höchstwahrscheinlich. Wir werden sehen. Davon, also, da gehe ich mal ganz stark von aus. Denn, und das ist jetzt ja kein großer Spoiler für World Beyond, das ist ja schon im Trailer, wenn Jadis wiederkommt, kann Rick Rimes nicht weit sein. Das heißt, wir haben im Endeffekt, meinst du, dass wir kriegen das CRM noch in The Walking Dead vorgestellt? Also, hier im Chat wird schon spekuliert, und ich kann eigentlich dem nur folgen, dass wir vielleicht, und es ist mir gerade eingefallen, als, wo war das im Chat geschrieben wurde, da sehen wir, was CRM, das läuft auf Schwarz gegen Weiß in den Kinofilmen raus, schreibt der Bleriot, Schwarz, CRM, Weiß, Commonwealth, rein von den Uniformen her. Von den Uniformen her kommt es hin, und Mercer ist dazwischen mit Rot oder mit Orange. Ja, genau, ja. Darauf, also, nichts, dass es bei World Beyond jetzt aktuell darauf hindeutet, also null. Da fällt jetzt, das Wort Commonwealth ist da bisher noch nie gefallen, noch ist irgendwelche Andeutung in die Richtung und so weiter. Aber wir hatten ja in unserem World Beyond Cars auch von den anderen Gemeinschaften gesprochen, die es da gibt, gibt ja noch mehr, größere und so weiter. Die werden, die spielen da jetzt zumindest auf einer Textebene, auf einer Expositionsebene schon eine größere Rolle. Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht anders denken, dass es, weil ansonsten hättest du praktisch zweimal identische, zweimal identische Gemeinschaften, die du in parallelen Serien, der Daredevil schreibt gerade, ich glaube niemals, dass die Filme ins Kino kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die ins Kino kommen müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich denke, das ist so ein TV-Highlight, oder? Da kommen halt dreimal 90 Minuten. Ja, da habe ich ja eben so ein bisschen schmunzelt, das kommentiert. Ich finde ja, sie haben es angekündigt als Kinofilme. Echt? Ach, die haben das wirklich ins Kino? Ja, die waren... Die Rick-Rimes-Filme, aber ach, als Kino? Okay, ja, im Kino... Die waren als drei Kinofilme angekündigt, deswegen, das glaube ich halt mittlerweile auch nicht mehr. Nee, nee, das, okay. Also, ich hatte immer nur halt Filme, deswegen dachte ich halt, naja, das ist halt so das TV-Event, jetzt bei ProSieben, ja, so. Ja. Okay, weil, nee, für The Walking Dead geht keiner ins Kino. Also, wir würden dafür ins Kino gehen. Wir würden dafür ins Kino gehen und die zehn Leute, die uns live zugucken, ja, die und die paar Getreuen, die diesen Podcast noch hören, würden das auch machen. Aber die große Masse, wie noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, als das Ding bei RTL 2 gestartet ist, nee. Ja. Mal ganz eben was anderes. Läuft The Walking Dead eigentlich noch im Free-TV? Wenn ja, wo sind die und bei welcher, wo und bei welcher Staffel? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand im Chat. Das fände ich auch spannend, weil ich meine, Walking Dead läuft jetzt auf jeden Fall ja auf Disney Plus. Und es läuft, doch, es läuft, glaube ich, das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, es läuft auf RTL 2 oder sowas. Immer noch, also wie von Anfang an auch. Oder TV Now oder so. Also TV Now wäre das Streaming-Ding von RTL. Kann sein, ja. Free-TV, was ist das? Ja, man nennt es auch lineares Fernsehen. Ja, es kam bei RTL 2 ganz am Anfang, aber ich weiß gar nicht, wo es jetzt aktuell läuft. Wir können das mal bei Fernseher in die E-Mal nachschlagen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Also wir sind noch im Camembert. Wir haben das Kastensystem. Wir haben recht gehabt, was Fake-Stephanie angeht. Sagst du? Ja, sicher. Weil die Schauspielerin, ich hatte ja gesagt, da ist ja eine andere Schauspielerin für die Stimme gecastet worden, als wir dann später gesehen haben. Und das ist ja dann die, die, keine Ahnung, die Sekretärin von der Milton ist oder wer auch immer, dann da später mit denen da rumhüpft. Und da sagt der Lance aber auch einen komischen Satz, als sie dann im Knast ist. Er sagt dann zu ihr, you're supposed to help him. Also du warst dafür vorgesehen, ihm zu helfen. So nach dem Motto, jetzt hast du dem Ramsey Bolton, wie heißt das, Sebastian Milton nicht geholfen. Du dumme Nuss. Hast meinen Plan zer... You're supposed to save him. Genau, sagt er. Ich würde ja weiterhin bei Joffrey sein, wenn ich über diesen komischen Typen da rede. Also die Sekretärin, diese Meghan-Markel-Sekretärin, die soll jetzt quasi die richtige Stephanie sein oder was? Ja. Ah, okay. Genau, weil das ist die Schauspielerin, die auch die Stimme war in den letzten Staffeln. Mhm. Genau. Weil bis jetzt, finde ich, ist diese Fake-Stephanie dafür erstaunlich loyal. Und du hast das Gefühl, die arbeitet wirklich mit Eugene mit. Deswegen, ja. Ja. Nee, da muss ich leider an der Stelle dir den Zahn ziehen. Das war also wirklich in der Tat, die da rumläuft, noch später dann das Eis hat. Ist jetzt Ezekiel, der wird jetzt behandelt, aber der ist nicht geheilt. Das ist jetzt einfach nur, der wird jetzt behandelt. Das heißt, der Krebs wird ihn nicht mehr umbringen. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der für einen Krebs überhaupt hat. Also der hat ja einen Tumor am Hals gehabt, offensichtlich. Aber ob das jetzt irgendwie letal ist, ob der irgendwie das überleben kann, ich weiß es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Es war inzwischen so, dass er sich umbringen wollte. Deswegen, so einfach wird es wahrscheinlich auch nicht sein, dass er sich da eben mal kurz behandeln lässt, ein paar Pillen nimmt und dann ist gut. Nee. Deswegen. Ich bin sehr gespannt, was da an der Stelle jetzt noch passiert. Allgemein ist natürlich das, was im Commonwealth passiert, ist schon das Spannendste, weil wir da eben noch am wenigsten drüber wissen, aber weil es auch noch Potenzial hat. Wir wissen zum Beispiel relativ wenig von dieser militärischen Kraft. Die ist uns so kurz in dem Video vorgestellt worden, aber im Endeffekt, wie viel ist denn das jetzt? Wie gut können die sich verteidigen? Wie verteidigen die sich? Wie gehen die mit anderen Leuten um? Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass sie ständig erfahren wollen, wo denn die anderen Gemeinschaften sind. Aber was sie im Endeffekt mit Alexandria machen würden, wissen wir nicht. Was mich mal wieder zu der räumlichen Distanzen führt, dass die einfach alle voneinander nichts wissen und dann trotzdem innerhalb von Bruchteilen, von Seriensekunden, von A nach B Reisen geschenkt. Eine Sache habe ich mir hierzu noch notiert, nämlich in dem Satz, den ich gerade eben sagte, mit den You're Supposed to Save Him und dann der Eskalation, nämlich dass Eugene also den Sebastian Milton dann eben schlägt. Ein Charakter, wo ich gleich noch was zu sage, weil nämlich Sebastian Milton in den Comics, und das ist dann ein großer, großer Spoiler für die Comics, ich werde es gleich nochmal extra ankündigen, könnt ihr euch die Ohren zuhalten. Was mich beim Gucken sofort gewundert hat, ist, wieso sind da Walker, wo die Picknick machen? Wenn das doch der Sohn von der wichtigsten Tante ist, wo ist sein Security Detail? Mercer und Co., die waren ja da, aber sind zu spät gekommen. Genau. Ich könnte mir vorstellen, das war nicht so vorgesehen, wie es abgelaufen ist, sondern diese Stephanie hätte vielleicht den retten sollen, um gut dazustehen, um irgendwie davor, es war, Eugene war nicht vorgesehen in der Gleichung. Ja, aber dann war es ein dover Plan, oder? Also ich meine, es war doch klar, dass Eugene dazwischen geht. Ja, gut, okay, es ist am Ende der Walking Dead, ne? Also. Ja. Ja, aber es ist schon seltsam, dass da plötzlich Walker auftauchen, mitten im Commonwealth. Und das ist irgendwie seltsam. Oder dass die rausgehen und draußen Picknick machen. Beides macht keinen Sinn. Also, ja. Ja, Franziska schreibt gerade nochmal, das war Event-Picknick für den Nervenkitzel, damit ihm die Püppi an den Hals fällt. Ja, könnte schon sein, ne? Statt Krimi-Dinner, ja. Ja. Ja, was erwarten wir denn jetzt in den nächsten acht Episoden? Tja. Ab Februar. Wenn ich's, wenn ich's wüsste. Wenn ich's wüsste. Also ich bin wirklich im Moment, also, ich gehe davon aus, Lea werden wir nicht mehr lange sehen. Ein, zwei Folgen und dann weg. Wenn sie nicht sogar gleich in der ersten, in den ersten zehn Minuten der nächsten Folge drauf geht, weil Gabriel sie vom Turm aus erschießt oder so. Keine Ahnung. Oder eine von diesen Silvester-Raketen fliegt ihr ins Gesicht. Irgendwie so ein Unsinn, ja. Ich hoffe auch, dass die jetzt relativ schnell weg ist, weil das bringt uns alles nicht weiter, hatten wir gerade eben schon gesagt. Dann, CRM weiß. Also jetzt mal kurz, wer die Comics nicht kennt, jetzt kommt wirklich also ein Spoiler für die Comics, was Sebastian Milton angeht. Sebastian Milton ist der Charakter, den wir hier so ein bisschen aufgeteilt haben. Also normaler, also erstens, ist in den Comics Princess diejenige, welche in dieser Situation eingreift und nicht Eugene. Okay. Das ist das eine. Daraus entspinnt sich dann ein abgrundtiefer Hass gegen Princess. Und relativ zeitnah nach diesen Aktionen kommt auch Rick in Camoval an und zettelt dann, weil er ja nicht anders kann, sofort eine Revolution an. Viva la Revolution. wird aber dann von Sebastian Milton erschossen. Sebastian Milton ist also der Mörder von Rick Grimes in den Comics. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass sie das hier so spielen, aber ich glaube schon, dass Sebastian Milton irgendjemand killt, der uns wichtig ist. Und ich tippe mal, es wird Eugene sein. Mhm. Weil du brauchst einen gewichtigen Tod. Du kannst jetzt nicht irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, selbst Yumiko, mein Gott, die ist ja seit drei, vier Staffeln dabei und hat nicht viel Screamtime gehabt. Also, wenn der jetzt Yumiko killen würde, so what, ja. Ja, und Eugene ist im Prinzip auserzählt. Dementsprechend ist es eigentlich, wäre eine gute Wahl. Eugene war schon mal beim Feind. Eugene hat seine große Liebe jetzt gefunden eigentlich, möchte nachlaufen. Ja, Eugene ist auserzählt. Das wäre schon, glaube ich, ein ganz gutes Opfer. Das könnte ich mir eben vorstellen, dass es so oder so ähnlich läuft. Dann kann man nämlich die Rick-Storyline unangetastet lassen und dann muss man nicht wirklich ein zweites Mal killen. Kann man ihn vielleicht leben lassen in der Serie, who knows, ja. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie in, ich glaube nicht, dass sie in dieser Staffel das CRM großartig reinbringen. Ich glaube, das wird erwähnt werden, aber auch nicht in den nächsten, in den nächsten acht Folgen, sondern in den letzten acht Folgen, damit es dann die Einleitung auf die, auf die Filme ist und die Filme sind dann sozusagen der, der Big War. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich finde, wir brauchen irgendwie noch einen, also entweder brauchen wir einen Antagonisten oder sie verzichten. Das wäre ja, das könnte ja Sebastian Milton sein. Ja, genau. Wenn sie aber jetzt komplett auf einen Antagonisten verzichten in den letzten 16 Folgen und sagen, okay, Sebastian Milton ist halt unser Unsympath innerhalb des Commonwealth und da müssen wir jetzt irgendwie mit dealen, dann glaube ich schon, dass sie doch das CRM mit reinbringen könnten, damit wir einfach so die Welt noch ein bisschen mehr erklärt bekommen, damit wir es wirklich schon sehen. Wir haben hier zwei große Gemeinschaften, die gegenüberstehen und jetzt müssen wir irgendwie den Konflikt zwischen diesen beiden Gemeinschaften lösen und das kriegen wir den Film erzählt. Also das wäre eigentlich ein ganz gutes Ende für die Serie. Aber ich bin gespannt, weil im Prinzip ein Ende für diese Serie zu schreiben, ist glaube ich tierisch schwierig, weil einerseits soll es ja mit Daryl und Carol weitergehen, die Daryl Carol Show und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, und wir lösen am Ende noch das Problem mit dem Virus oder so, weil das wäre ein adäquates Ende eigentlich für diese Serie, dass am Ende nochmal aufgedeckt wird, was es eigentlich mit diesem Virus auf sich hat zum Beispiel oder dass am Ende klar wird, wir müssen jetzt nur raus aus Atlanta, weil in allen anderen Bundesstaaten funktioniert das Leben noch oder sowas, also irgendwie so. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Serie endet. Sie wird offen enden, glaube ich. Sie wird auf die Filme hinweisen. Deswegen glaube ich, dass das CRM schon vorkommt. Der Markus schreibt im Chat noch, er tippt eher auf Maggie. Sie würde gut in Ricks Comic Story als Anführerin für die Revolution passen. Ja, okay. Dann könnte man Rick im Grunde genommen komplett rauslassen, bringt den dann später über CRM wieder in einer ganz anderen Rolle und du bringst halt als Unruhestifterin oder Negan. Das wäre doch vielleicht ein ganz guter, das wäre doch vielleicht ein gutes Ende für Negan. Oder? Negan wird überleben. Oder Maggie tötet ihn. Oh, 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 oh. Das ist ja, das nimmt ja fast schon Game of Thrones Ausmaße hier an. Man müsste jetzt ja hier schon langsam tippen, wer, das müssen wir zu Beginn der, und das machen wir jetzt am Ende heute, schreiben wir mal eben auf, von wem wir glauben, dass wer nicht überlebt. Ihr könnt ja das auch mal in den Chat schreiben. Ich bin gespannt. Hast du Tipps, wer wird, also Daryl Carroll überleben, Haken dran. Genau, Daryl Carroll überleben. Die sehen wir am Ende auf einer Harley in den Sonnenuntergang fahren. Das ist die letzte Einstellung dieser Serie. Wer stirbt? Komm, sag. Gabriel, sehr bald. Ja. Aaron stirbt noch. Okay. Ezekiel stirbt. Mhm. Eugene stirbt. Mhm. Ja, das könnte es fast gewesen sein tatsächlich, glaube ich. Okay. Ich glaube, dass Maggie, also es ist möglich, dass Maggie Negan tötet. Dann stirbt natürlich Negan noch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass beide überleben. Okay. Also Maggie oder Negan oder keiner? Ich sag keiner. Okay. Ich sag keiner. Okay. Also, ich sage, Negan stirbt, weil der die Rick-Rhymes-Rolle kriegt. Ähm, Ezekiel, ja. Gabriel, auch bin ich bei dir. Eugene, opfert sich für Stephanie. Ähm, nee, Eugene überlebt und wird, wird die, wird zusammen mit Maggie die neue Gemeinschaft aufbauen. Ähm. Was mit Aaron? Genau, Aaron überlege ich gerade. Aaron is expandable. Aaron geht drauf. Ähm. Werden wir Jerry und seine Frau noch mal sehen? Ja, die haben wir jetzt noch mal gesehen. Ich glaube, aber über solche... Länger und größer und dauerhaft. Über solche Charaktere musst du im Prinzip nicht reden, glaube ich. Also die, ja... Die sind raus, oder? Die sind raus, ne? Ja, die sind raus. Ja. Vielleicht überleben sie, aber dann sehen wir sie nicht mehr oder sowas. Die Kinder überleben auch alle. Hund. Was ist mit Hund? Hund ist tot, glaube ich. Äh, bin ich mal gespannt. Eine von den beiden Stephanys geht drauf und zwar, Eugene überlebt, aber die Stephanie geht drauf. Also die richtige. Die geht drauf. Das sage ich. Princess. Princess. Überlebt. 100%. Mit Mercer zusammen, wenn die Happy Ever After. Ja, genau. Die reiten in den Sonnenuntergang, Mercer und Princess. Ja, sehe ich genauso. Boah, im Chat wird schon ein richtiger Schocker, Judith stirbt. Nein. 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 Karl war das einzige Kind, das... Nein, das stimmt ja nicht. Carol hat mehr Kinder auf dem Gewissen als... Ja, okay. Stimmt. Richtig, richtig, richtig. Meinst du hier die Flowers? Was ist mit Michonne? Michonne? Michonne kommt in der Serie nicht mehr vor. Glaubst du wirklich, dass Michonne nicht mehr vorkommt? Ja. Michonne und Rick kommen beide in der Serie nicht vor. Ich glaube auch nicht an deine Rick-Theorie. Michonne und Rick kommen in den Filmen vor. Okay. Okay. Also keine Michonne. Virgil? Keine Ahnung. Stirbt. Der ist eine Irre. Der stirbt. Virgil muss sterben. Ja. Virgil muss sterben. Dann haben wir, glaube ich, Carol überlebte, Daryl überlebt, genau. Lea ist weg, brauchen wir nicht. Wir haben noch Conny und ihre Schwester. Conny und... Ja, die überlebt, glaube ich, auch. Aber Magna geht noch drauf. Wo ist die eigentlich? Magna ist in Alexandria, genau, die war im Haus. Ja, richtig. Und was ist mit Rosita? Rosita, Rosita, Rosita. Rosita geht noch drauf, weil... Und Eugene ist dann völlig unglücklich, weil beide seine Lieben tot sind. Rosita geht drauf. Ja. Ja, und weil die Kinder ja auch alle weise werden müssen. Deswegen, das stimmt auch Aaron. Das stimmt. Außerdem hat Aaron ja schon Liebelein verloren. Und daher, ja. Also, da sind, wenn man sich so anguckt, sind noch einige Charakter übrig. Ich schreibe das später nochmal in eine saubere Liste runter und werde das dann im entsprechenden Text verlinken. Und dann hören wir uns in einiger Zeit wieder. Ja, heute sind wir motelustig, Mr. Twitch. Das ist allerdings richtig. Wir stimmen uns ja einfach nur noch ein auf die FatCon am Wochenende, dass wir so richtig schön mit Wut im Bauch. Nein, wir werden natürlich uns richtig freuen. Es war übrigens jetzt am Wochenende ja auf der MagicCon gewesen. Und da habe ich ja schon gesagt. Und es war weniger los als sonst, aber trotzdem ausreichend genug, um, dass richtig gut Stimmung aufkommt. Und auch da auf der MagicCon in der Regel eh weniger los ist als auf der FatCon, weil das halt innerhalb des Nerd-Krams nochmal das nischigeren Thema ist. Gehe ich davon aus, dass das nächste Woche da relativ gut besucht sein wird und wir da am Samstag eine wunderbare Party erleben können. Und vor allem, wir haben ja am Sonntag ja doch einen Programmpunkt, Jim. Wir sind ja auf der Closing und versteigern ja die Enterprise, die wir uns einlassen. Ah ja, schön. Habe ich völlig vergessen. Richtig, für einen guten Zweck. Da siehst du auch hier Walking Dead-Thema, da siehst du auch Sascha wieder. Richtig. Ja. Ja, ich habe einige Fragen an sie. Markus hat noch einen sehr, sehr schönen Tipp. Daryl und Carol sterben und die Spin-Off-Serie war nur ein Riesenbluff, um sie so richtig zu schocken. Also es muss noch einen Schocker geben, aber es kann nicht, also es muss irgendjemand geben, also deswegen tippe ich irgendwie auf Negan, weil das wird so alle Team Negan-Freunde nochmal so, bam, ja, irgendwie sowas. Und Maggie weint dann, naja, nee, das wird sie nicht tun. Aber ich glaube nicht, dass Maggie Negan killt. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Braucht man da einen Flugschein, wenn man die ersteigert? Nein, du brauchst wahrscheinlich einfach nur einen PayPal-Account. Die Enterprise von Playmobil, sie hat eine UVP von 500 Euro, aber die kosten zwischen weit weniger, ich glaube bei 320 Euro, 340 Euro sind wir jetzt angekommen. Die wird dann von allen Star Trek-Stars auf der FedCon unterschrieben werden. Das ist eigentlich fast die gesamte Brückencrew der Discovery. Jetzt bitte keine Gags drüber, dass sie dann weniger wert ist. Nein, das ist sie in dem Fall wirklich nicht. Und vor allem wird sie dann für einen guten Zweck, nämlich für die Aktion oder für die Gruppe Sea Shepherds dann versteigert. Wer da also vielleicht ein Gebot abgeben möchte, vorher schon, dann werden wir das natürlich berücksichtigen. Der kann das natürlich tun an info-at-nerdizismus.de oder er schreibe uns eine WhatsApp mit seinem Gebot und seiner PayPal-Adresse an die 015259647709. Dort dürft ihr natürlich auch alles Feedback zu dem ersten Drittel dieser Staffel hinschreiben. Da freuen uns Andreas und ich auch immer, dass wir nächstes Mal dann ganz viel vorlesen können. Und wenn euch das natürlich heute gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Ich weiß, sind schon wieder einige Abonnenten hier jetzt auf Twitch dazugekommen. Podcaster freuen sich über geschriebene Bewertungen bei iTunes und bei Podcast Addict. Das ist sozusagen unser Lohn und Brot dafür, dass wir das euch hier for free alles zur Verfügung stellen. Wir haben ja auch Spaß bei der ganzen Sache. Jetzt müssen wir nur noch mal herausfinden, aber das werdet ihr dann auf jeden Fall mitbekommen, wann wir The Walking Dead World Beyond besprechen. Das werden wir definitiv als komplette Staffel machen. Da habe ich allerdings jetzt den Release-Zyklus jetzt gerade nicht im Kopf, ob die wieder eine Pause machen dazwischen oder ob die das jetzt durch und wie viel. Verfolgt uns einfach auf den sozialen Medien, Twitter, Facebook, Insta und dann werdet ihr das schon rechtzeitig mitkriegen. Ja, Andreas. Franziska fragt gerade noch, ja, die machen nach dem zweiten Drittel wieder eine Pause. Also es werden jetzt wieder acht Folgen kommen im Februar. Genau, im Februar acht Folgen. Dann wird es wieder eine Pause geben, sodass wir wahrscheinlich irgendwann im Sommer fertig sind. Genau, ja. Genau, bei The World Beyond sind, glaube ich, eh nur acht Folgen. Ich glaube, es sind wieder zehn Folgen. Zweimal fünf. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Wir machen uns schlau. Wir werden auf jeden Fall die Staffel komplett besprechen. Denn das ist für uns alle besser. Und ja, Fear the Walking Dead werden wir auch staffelweise dann noch besprechen. Ich will es selber noch sehen. Ich habe mir ja die ersten zwei Staffeln angeguckt und habe dann aufgehört. Nicht, weil ich es jetzt wirklich schlecht fand, sondern weil ich komme einfach nicht hinterher. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde mal Fear the Walking Dead. Wenn The Walking Dead komplett durch ist, das auf jeden Fall dann mal einmal in einem Rutsch durch. Und dann machen wir acht Folgen, dann dazu jede Staffel eins. Und dann haben wir das, glaube ich, auch durch. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe hier The Walking Dead noch gar nicht angefangen. Ja, ist ja egal. Ich muss es ja auch nochmal anfangen, weil das ist jetzt zwei, drei Jahre her, dass ich da die ersten zwei Staffeln geguckt habe. Wir fangen da auch praktisch nochmal komplett an. So, also in diesem Sinne, wer am Samstag auf der Fetcon ist, diesen netten Mann hier zu meinen Rechten dürft ihr ansprechen. Mich dürft ihr ansprechen, seinen Podcast-Kollegen dürft ihr ansprechen, meinen Podcast-Kollegen dürft ihr ansprechen. Wir werden entsprechend gekennzeichnet sein. Ihr habt auch T-Shirts, oder? Ja, ich weiß noch nicht genau, ob wir die tragen werden. Aber wenn, dann seht ihr dieses Logo. Genau, ansonsten werdet ihr wahrscheinlich alles vollkleben mit euren Aufklebern. Ja, das ist der Plan. Und wir haben es bei uns hinten auf den Hoodies draufstehen. Ihr werdet uns erkennen. Am Samstag um 14 Uhr haben wir das Nerd-Quiz. Das wird schön werden. Es wird schön werden. Das wird sehr, sehr schön werden. Ihr spielt den Starsmuttchen und seine Frau. Ich hoffe, Starsmuttchen bringt was zu essen mit. Ja, alles, was der Replikator hergibt. Das wird also eine wunderschöne Sache. Am Samstag war es schon knaller. Die Halle ist wirklich abgegangen. Gibt es Livestreaming? Ja, Livestreaming. Ich hatte es beim letzten Mal am Samstag angekündigt, dass wir das Quiz übertragen wollten. Das Problem ist, das WLAN im Hotel ist für das Streaming völlig ungeeignet. Also komplett. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir, man kann da so einen Telekom-Hotspot holen für 5 Euro am Tag, ob wir das machen. LTE würde gehen. Das Problem ist, da hocken dann knapp 800, 900 Leute in dem großen Saal und alle haben ihre Handys draußen. Da geht das Netz leider in die Knie. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir es machen. Später hochladen werden wir das Quiz auf jeden Fall. Sowohl das MagicCon-Quiz habe ich schon eine erste Aufnahme von gekriegt, aber auch vom FatCon-Quiz werden wir das auch hochladen. Und ich glaube, Andreas, wir werden schon mal auch live gehen, mal so Insta anschmeißen oder mal Twitch anschmeißen werden. Der Konten werden wir auf jeden Fall machen. Aber wir können es halt einfach nicht hundertprozentig garantieren, weil, wie gesagt, da sind sehr viele Leute mit sehr vielen Handys. Die Mauern sind sehr dick und das Hotel-WLAN geht definitiv nicht vom Upstream her. Da hat die Twitch-App gesagt, mache ich nicht mit. So, jetzt haben wir aber wirklich ein ganz langes Outro gemacht und von daher würde ich mal sagen, vielen Dank, lieber Chat, dass ihr da wart. Das hat wirklich besonders Spaß gemacht. Das freut mich jetzt wirklich, dass wir nicht ins Void reden, sondern, dass da noch Leute draußen sind, die auch dieser Show zuhören. Und in diesem Sinne, machtet ihr euch. Tschüss. Tschö. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.